Willkommen zurück in Minecraft. EVP-Schutzzeit ist zu Ende, ne? Hast du schon geschrieben zu den allen? Jo. Hallos, da drüben ist das nächste... Der ist leer! Hä? Warum ist der leer? Der ist doch kaputt, oder findest du noch Truhen drinnen? Ja. Lass einen anderen suchen. Irgendwas größeres suchen. Oder noch so'n Tower. Was denn für einen? Also der war... Hier war noch gar keiner drin. Der ist aber kaputt. Teilen. Also eine Festung, irgendwas. Das ist so'n freie Fläche am besten. Du stehst bei mir grad nur wieder rum. Was? Du stehst bei mir grad nur rum. Wieso? Alter, warum hat denn dieser Flügelbruch... Zwölf Tode, Junge! Das weiß ich nicht. Der Skiller sind die, ne? Das hier... Alter! Come on! Die sollen sich halbwegs anstrengen. Ja, wir waren dauernd durch irgendwelche Zombies, wenn wir verstehen, weil sie mega die groß sind. Ja, alter! Bei mir kann man's noch verstehen. Ich bin durch'n Tower Golem verreckt, aber bei gehen... Ja, das war in die Richtung. Die Karte sagt, da ist was. Nein, in die Richtung ist was. 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 Hör mal kurz in die Richtung. Ja, da hinten ist was größeres. Siehst du denn da? Ich seh hier nichts. Irgendwas ist auf der Karte. Ich weiß nicht was. Ja, bei mir fast ganz ganz groß ist und ich weiß was es ist. Aber das ist ein normales Haus. Kleines Haus. Ist das Bad Tower gewesen, oder? Das war ne riesen Burg. Wem nennt du? Komm mit. Alter, soll sich nicht von allen töten lassen, Junge. Muss kurz was essen, sagt er. Ansonsten machen wir irgendwann den Totensperre rein. Guck mal rechts auf rechts, wie viele Kilts schon gefallen sind. Stoppen sie hier auch, Max und Tom. Na denn. Alter, man sieht die Kilts. Bist du hinter mir, ne? Bist du hinter dir? Ich hüpfe aber nicht, ich lauf ganz normal, ne? Achso. Wegen Essen. Ich weiß nicht ob wir da drin was finden, auf jeden Fall es ist groß. Und daneben ist ein riesiger Berg. Oh. Mal neu, der gehört dazu. Warte mal. Siehst du es jetzt? Hallo? Ey, warum soll Paul? Paul wird zugucken, wenn sich ein Visible nehmen und zugucken. Oh, super. Der behindert uns irgendwie. Gibt's nen Bann. Okay. Das sind die Walker. Aua. Aua. Die Essenzen will ich. Achtung, da oben ist mein Bogenschütze. Wo? Warum hast du schon ein Pferd? Ey, warum hast du schon einen Bogen? Äh, war noch eine question. Lass mal kurz hier irgendwo ne Bänder fragen. Was für ein Bogen ist das? Äh, der Legia. Ja, genau. Weil ich hab keinen Pfeiler dafür. Er hat einfach schon einen Legia-Bogen. Ja, du findest in diesem Band halt alles, ne? Wo bist du jetzt hin? Da bist du. Er hat mich da reingebaut. Ja, schön. Du musstest die Walker... Okay. Alter Junge, mach die Schaden. Alter Scheiße. Scheiße sind das viele. Oh, kacke sind das viele. Oh, fuck sind das viele. Und scheißen sie schnell. Lukas, ich könnte hier deine Hilfe echt ganz gut gebrauchen. Was? Während du lootest, töten mich hier die ganzen Kackviecher. Halte mich auch gerade, ich loote hier nicht. Ich kämpfe. Ja, gegen wie viel kämpfst du? Ich kämpfe gegen 8. Oh, sie sind jetzt die Bogen schützen. Komm hier rein. Ja, du bist lustig. Oh. Da besitzt es nicht nur 1 oder 2. Hey, ich hab einen. Ja. Dann mal alles ein. Hast du Platz? Ja, ich hab nichts. Ich hab gar nichts an Items oder sonstiges. Komm mal mit hier rein. Schnell. Hast du Troo? Hast du Troo oder irgendwas? Nö. Guck mal, da sitzt einer der macht Pause. Machst du Troo oder alles? Machst du Troo oder irgendwas? Machst du Troo oder irgendwas? Nein. Ich hab nichts. Hast du Holz? Ja. Ich bau mal eine Troo. Ja, ich hab keinen Platz. Bau du mal. Oh, warum hast du keinen Platz? Nö. 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 Feliz 갖. Mal noch ein Mann Brust gemacht. So. Wiedern. Wiedern wir mal. Jetzt auch mal. HII реб G- yes! Das wäre irgendwie ein Bogen. Alter! Okay, das ist eine Scheißidee. da hätte ich bei einer runtergeschubst du bist du in das war bei dem arz das hier hoch gehen oder nicht dass hier hoch die scheinen da oben von hinten weil wir runter und dann kannst du alles wir haben auch ganz nach oben ja 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 ich habe dann runtergeschubst ja ich will die töten die lassen die fenster fallen vielleicht kriegen die elektrischen durch jetzt ist das kollekt haben wir echt scheiße hier ist ein walker durch sie mir vor schwert so der springt nicht für den einfach der ein schild gerecht in rechten mit dem schwert auch die fresse alle jungen stadt oh gott ja das meinte ich nämlich die wo die waffe weggenommen hier wurde die waffe weggenommen pass auf so bist du so bist du dass wir die waffe weggenommen angst die kriegen mich nie lebend oh gott oder vielleicht kriegen sie es doch oh gott oh gott ich bin tot 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 gehung verein oh gott halte alter alter scheiße ein eineinhalb herzen was ist der rare mob nee das war der ninja der hat sich waffen geklaut hat er ist aber tot ja wo ist mein scherz schwert kommt ich glaube ich habe den das irgendwo in ein haus gehen hier oh gott ich bin tot nein nein geh weg so kack ein herz andauert ne wo ist ein schwert wo ist mein schwert ach da ist von der seite beschossen ja hier in den truppen einer truhe hinten ja lukas ich habe keine waffe und ich werde ich mich beschießen hier die ganze zeit die ganzen kackviecher deiner truhe ist es xx hier blocken block schlag lukas block schlag weiß was weiß was das ist weißt du erinnerst alter eine wochen gespürzer kurs von dir einfach nur einmal von einmal und hier ist auch nicht viel essen drin das war es mitgenommen aber hier sind bücher regale leute kannst du nicht essen ich habe gar keine hunger so okay erst mal kurz herunter kommen ich bin gerade auf 180 so brauchst du was zu essen ich habe noch dass man hier oben erstmal alles sauber säubern und dann ist und die truhe holen das mal hier oben bleiben ich bin im bett das ein heiler ich bin im bett das ein heiler ich denke mal ganz ganz kurz mein erstes zeug in die tourne das war jetzt hier drin bleiben leute hat mir elektrik essenz ich habe ich habe die erste lektrik war die ersten beiden elektrik essen habe sie reingelegt in die eine tourne bleiben wir hier dem in dem haus da unten wo wir und willkommen zurück schon wieder internet abstoß ja ich sterbe gleich ich versuche für dich zu blocken hinter den die geben ordentlich schaden ich tut ihn ok oh gott der hatte die rüstung an ich weiß kaufendiert über ein okay gott sagen die johann die ersten so ist ja auch mal eine geile feld anbau möglichkeiten okay was denn gollis kann ich auch was kann ich auch was von den guten sachen haben da kommt man ja aus ich bin und das in das wort kommt bringt die schuhe irgendwas wo bist du denn da wieder ausgang hast du wie holz finde scheiß ich habe unser kopf das holz weg gelassen da haste einen eilenbogen kommen wir bringen die schulen was besseres als die eisen ich weiß nicht was es für sie sind wir brauchen noch eine kiste ne hier guck mal die schuhe die ich jetzt reinpacker das ist einfach nur Blastprotection ne also Explosionsschutz äh fällt zuerst noch raus ne die Natur ich hab noch ich nehm Karotten mit der raum ist jetzt mal sauber ich nehm Karotten mit hab hier erstmal ne Essensquelle hast du den Trank einmal mitgenommen ja ne ja ich hab den Trank so hier sind ja noch mehr Truhen hast du alle Truhen gelootet hm ich bin gar nach links gegangen looted er gerade Truh und ich hab wieder walker gefunden ja ich höre es andauernd weil ich sehe wie sie alle Schaden bekommen es sind 5 fuck 6,7,8 wie viele sind das? trinken lockern trinken lockern oh gott alter scheiß wie viele sind das? oh gott junge da ist einer mit der rüstung geben dir oh gott sorry ich hab du musst mich ganz gut beschützen ich muss essen ich hab nur noch ein Herz block einfach nur den Schaden die ganze Zeit wo kommt der Zombie her? electric essence wirst du und mein Zombie hallo hörst du mir noch? ich hasse diese Disconnects bis gleich das ist die die